Hallihallo! Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge der City Skylights hier im schönen Stadt Rothaus. Heute haben wir Industrie in Anfrage. Hier ist uns ein schönes Weitgewin, fast Industrie in Anfrage. Und ja, wir sind heute wieder in Anfrage. So. Hier ist ein Herz. Die dicke Straße soll ich so finden, ja. Ich bin schon mal kurz. Zuck! Hier hat das. No. Ist das hier? Und dann kann ich das mal tun. Ich komme hier, ich habe hier so ein Mann an Blutshop. Ich komme hier, ich komme hier auf Blutshop, ich komme hier. Ich komme da fast. Ich bin hier. Ich kann mal So, und jetzt muss ich das noch ein kleines Ich muss das hier rein Ich muss das noch ein bisschen So, so Die Lichtungszone, es wird doch eine Lichtung werden, dann wird es dann wieder losgehen. Frust. Auch Kröle. Sie ist eh schon gar nicht mehr hingesetzt. Das ist ja schon gar nicht mehr. Ich kann das nicht mehr so machen. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich bin ein bisschen üblich drin. so das das macht es jetzt nicht da würde es ja hier sind die Appeltonnen die raus und jetzt da würde es ja Da war ja auch verschiedene Dranlauf. Da krieg ich ja auch einen eigenen Küttelzug mal auf die Forsterdustrie. Hier wird auch was machen. So. Ja, das klags so lang vor. Klags 4-0. Klaus 5-0. Klaus 5-0. Klaus 5-0. Klaus 5-0. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das kriegen die... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020